herzlich willkommen ich bin charlie von you channel und wir spielen weiter und ich hatte jetzt mal folgendes gemacht ich habe mir gedacht okay da ich ewigkeiten halten nach dieser ruine gesucht habe gucke ich mal es hat gesagt ist östlich in der stadt also bin ich mal losgerannt vom tag ist halt nichts weg gegangen weil ich halt früh seit ich wieder zurück ins menü gegangen bin aber ich habe es gefunden das heißt wir werden heute nicht mehr einfach verloren durch die welt gegenlaufen und da gehen wir dann auch gleich sofort hin jetzt will ich einmal ganz kurz die sachen einsammeln und holz nachwerfen habe ich glaube ich nicht gemacht weil ich kein holz mehr habe genau gut dann gehen wir erstmal holz hacken und dann machen wir das einmal kurz hatte ich nicht irgendwo eine kiste wo alles drin war hier die ich dich brauche ich gerade auch nicht mehr die springe ich gleich noch mal schnell weg und ich habe ich mal einfach dabei ich habe sechs holz es reicht voll für alles ach ja es ist was sechs holz aber es halt auch das einzige wo gerade noch was drin ist also so ich sage immer voll ich brauche noch viel von diesem punkse dinge und jetzt dann wollen wir mal und zwar dachte ich ja die ganze zeit warte machen wir mal karte auf ich dachte ja gerade ödland ist ja wäre das wahrscheinlich da hinten da wo alles so vertrocknet ist und so dachte ich aber es ist hier irgendwo also hier da hier wenigstens ist ein tor wo ich lang muss ich dachte wirklich dass es hier lag ich hundertprozentig falsch naja kann mal passieren da ist ja auch nur selten passiert bei mir aber ich weiß jetzt was weitergeht und das reicht mir ich bin gerade aufgeschlagen ich glaube das wird man voll an der stimme so sehr suchtig dieses spiel aber ich liebe es ist von ganzem herzen so gut für mich hey die wolltest du nicht fische haben was er akzeptiert den zweiten nicht weil das ein ständchen ding ist oder er akzeptiert er ist nicht weil es kein ständchen ding ist weiß ich nicht muss ich nachher raushunden das sehen wir aber so und zwar war das hier glaube ich war das nicht da eben hier lang ich muss gleich noch ganz kurz was trinken das habe ich auch noch nicht gemacht ich bin äh wo gibt es ein store laden des mysteriösen mannes keiner weiß wenn er da sein wird okay und zwar ist das hier tadaa trying your luck with a hazardous ruin this is a very dangerous area you'll need to prove yourself worthy you'll have to last a minute against a local civil corps officer in combat there are three of us me remington and arlo any one of us will do arlo wo bist du wo ist er ist er das das dürfte er sein hier will ich nicht kämpfen und das wäre ja ich liebe das hier überall kisten versteckt sind wir wirklich überall ich finde immer kaum welche ich bin halt nicht so ach hier war ich schon mal glaube ich da komme ich auch noch hin ich bin mir sicher irgendwann Irgendwann werde ich ein Jackpack haben. Und dann geht's richtig los. Da da? Was hier? Ich bin hier irgendwie falsch. Ich dachte, so lange habe ich vielleicht die Karte drauf, aber irgendwie nicht wirklich. Die Angus-Schwert, die Tafel-Runde. Vielleicht bin ich hier aber nicht ganz so falsch, wie ich dachte. Hier irgendwo müsste es doch sein. War es hier nicht? Wie, so falsch? Anscheinend ja, war ich ja noch nie. Ah ne, hier ist es. Und hier irgendwo dürfte... Ich weiß auch nicht, warum ich die anderen Beine nicht genommen habe. Es ist halt die beste Idee gewesen, die ich wieder hatte. Wie stört es auf mich? Er ist gar nicht hier. Aber hey, ich hab's probiert. Nein, wieso? Immer laufen die Alomäer. Da, da, da. Müsst du doch dann... Hä? Da kommen wir gar nicht hin. Achso. Ähm... Jetzt ist es nämlich auf einmal wieder weg. Ja, ich nehm' dann einfach Sam oder Dings. Töv-Töv. Baumstuhl-Rettung. Hä, die hab ich doch gemacht, die Baumstuhl-Rettung. Ach ne, die Bewässerung ist das. Gefahrvolle Ruine. Gefahrvolle Ruine. Gefahrvolle Ruine. Das ist, glaube ich, auf dem Weg hier lang. Das heißt, irgendwo hier... Da bist du... Warte, 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 warte. Hey. Nochmal. Hey. Muss ich das einfach mit Training machen? Oh ja. Okay, ich kann mich nochmal verdrücken. Das ist in Ordnung. So, jetzt. Eine Minute. Gibt's ja irgendwo einen Timer? Nein. Warte, Knopf. Gott sei Dank. Er kann mich ja wieder weghauen mit zwei, ähm, Schlägen. Puiu. Das heißt, wenn er mich trifft... Ahahaha. Was? Muss mich. Wiuu. Di, 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 di. Di, 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 di. Fang mich doch. Fang mich doch. Du wirst mich niemals kriegen. Niemals. Wahahahaha. 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 Fang mich doch. Fang mich doch. Niemals kriegst du mich. Niemals. Di, di, di. Yeah. Apfelgulz. Du bist ziemlich gut. Gut genug, dass ich nicht zu viel überraschere. Um wegzurennen. Ha. So. Dann wollte ich aber ganz kurz, bevor ich da wirklich reingehe, irgendwie mir mal ein Schwert erstellen. Und gucken, ob ich... Ja. Genau das. Ähm. Und nichts anderes. Ich werde auch gleich an, was ich sagen wollte. Hey. Bist du ein Panda? Bist du ein Betrüger? Er tauscht echt seltsame Sachen. Fünf Teile für einen kleinen Motor. Das ist aber echt... Günstig. Kundenmatte. Zehn Motor. Baumstamm. Da bin ich leider zu arm für. Dem vertraue ich nicht. Kann nur ein Ehepartner gegeben werden. Ein weiches Bett für Kätzchen. Oh. Das will ich irgendwann... Ich kann irgendwann Kätzchen haben. Ich habe jetzt einen Motor. Na gut. Ich will da trotzdem nochmal in die gefährliche, dunkle, schwarze Ruine. Nachdem ich weiß, wie ich ein Schwert gemacht habe. Weil irgendwie vielleicht noch nichts zur Verteidigung. Genau. Fünfzehn Eisenbahnen und vier Knochen. So viele Eisenbahnen hatte ich jetzt. Ich hatte schon ein paar. Sieben. Dann sollte ich vielleicht noch einmal ganz kurz ein paar herstellen. Tut mir leid. Kannst du das nochmal wieder abbrechen? Ah. Oh, noch acht. War ich echt ein Sieben? Habe ich schon irgendwas mit Eisen gemacht? Ja, ich weiß. Dann wollte ich mal... Ah, nee. Genau. Ich wollte mal gucken, ob ich, wenn ich... Darf man weitere mitnehmen? Ob das denn funktioniert? Hier ist kein Eisen. Hier ist eine Bronze. Und vier Platten. Wie viele Platten brauchte ich? Vier und zwei Röhrchen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich gucke jetzt halt in die Ruine. Aber ich möchte halt irgendwas haben, um mich zu verteidigen. Und ein Schwert klingt relativ praktisch dafür. Deswegen mache ich das noch einmal schnell fertig. Und ich kann mal eine TÜV-TÜV-Haltestelle bauen. Also, Hartholzdirne und Faserstoffe war das noch. Da sind die Faserstoffe. Und die Hartholzdirne sind, glaube ich, hier. Übrigens bin ich perfekt im Sortieren. Das ist schon immer gewesen. Bin ich so stolz drauf. So. Dann einmal dich. Einmal dich. Was war es noch? Die Platten. Dann habe ich ja eigentlich alles. Ah ne, die Hartholzdirne. Und dich. Kann ich mal die richtigen Knappe drücken? Dankeschön. Ist gut. Ach so, hier eins bleibt ja übrig. Braucht ich nicht auch Faserstoffe? Drei Faserstoffe. Ach so, okay, gut. Ja, was fehlt mir denn jetzt noch? Eigentlich ist es ja fertig. Ach so, die anderen beiden. Bronzeplan. Gut, dann habe ich schon mal eine. Die setze ich dann schon mal. Ich muss gestehen, ich habe ehrlich gehofft, dass ich dafür drei kriege, aber... Das war dann natürlich enttäuscht, diese Hoffnung. Wo muss ich denn hin? Warte, wo gibt es denn welche? Da hinten soll eine gebaut werden. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Dann bringen wir nochmal ganz kurz ein bisschen Holz mit. Bringen meine Fische weg und hoffen dann, dass irgendwann genügend Eisen fertig ist. Um ein Schwer zu bauen. Tüff, 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 tüff. Dann kann ich nur mal weiter Bonkse herstellen. Oh no. Das ist praktisch, dass man auch reisen kann und da einfach nur Zeit weggeht und kein Geld. Das hat mich jetzt viel genervt, dass ich dafür wieder extra viele Sachen zahlen müssen. Nur damit ich mit dem Tüfftüff reisen darf. Was ich auch fast alles selber gebaut habe. Ja. Wollte nochmal auf Wanking gucken, wo ich jetzt eigentlich stehe. Das würde ich gern wissen. Das ist nur verkehrt mit euch. Ich bin so müde. Aber ich habe so Lust auf das Spiel. Ich bin wirklich aufgestanden. Und da ich heute frei habe, bin ich sofort dran. auch nichts anderes, sondern, ja, okay, ich weiß ja jetzt, wo ich hin kann. Kann ich auch gleich anfangen. Das ist schon richtig so. So gehört sich das. So, du machst Eisen, du machst Bronze. Und schon ist mein Holz wieder leer. Und schon ist mein Holz wieder leer. Das können wir aber noch ändern. Dann können wir dich doch noch auffüllen. Okay, gut. Das heißt, ich muss nur warten, bis Eisen fertig ist. Dann gucke ich mal ganz kurz, was ich wegen Gesundheit an Essen machen kann. und wo ich den ganzen Scheiß wieder loswerde. Also das schon mal hier. Das ist ein Engofell. Hier. Da ich auch hart, habe ich ja überall, so wie es gehört, alles zusammen in ein Ding. Ne, Salz habe ich nicht mitgenommen. Achso, weil das auch nicht meine sind. Die bringe ich nochmal schnell weg. Tüff, 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 tüff. Tüff, 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 tüff. Ich wünsche dir, es gibt so ein Tüff, tüff innerhalb der Stadt. Da lau ich am meisten hin und her. Ah ne, warte, da ist es. Oder da jemand Neues was von mir. Gut, dann hätten das ja auch geklärt. Einen Übungsspiel wolltest du, ne? So, mal gucken. Kann ich jetzt auf der Karte das Ding oder darf das echt keins mit Sternchen sein? Darf also keins mit Sternchen sein. Das muss ein normaler Fisch sein. Dürfen halt nicht gut sein. Also, ist es ein Fisch. Ist es ein Fisch. So gute Qualität kann ich ja nicht vergeben. Dann müssten sie mir ja mehr Geld geben. Und das will ja keiner. Keiner. Habe ich die Disken dabei? Ja, habe ich gut. Kann ich das nämlich auch gleich nochmal wieder beantragen. Tü, 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 tü. Hey, 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 Petra. Hey, Petra, Petra. Petra, ich hab, ich hab da was. Datadisks sind wir building an irrigation system you'll need something called a small engine it's the machine that drives our cars and flies some of our planes we don't have the know-how to build these anymore so we have to get them from the ruins you have them great it'll take a while to analyze all the data I'll contact you when we have something okay did you discover something new the data corruption on the step dankeschön die fünfte ist gebäude mir auch gib mir einfache sachen wo ich nicht 800 verschiedene sachen brauche um es herzustellen nicht dass ich wählerisch wäre oder so aber na muss nicht sein echt nicht warte 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 wir sind auch ein bisschen zu teuer irgendwann irgendwann bist du mein weil das oberteil finde ich nicht so cool die wohl schon irgendwann hoffe ich dass du noch andere klamotten hast jetzt einfach nur schnell das schwert machen und dann dann habe ich es vielleicht darf ich noch mal hey anthony skin care is a basic right we need to use face cream every day to have smooth skin echt mache ich natürlich immer nein da ist kein tüftüftüft mehr ich bin platz drei ich bin platz drei ich weiß nicht ob das wöchentlich ist ich glaube ja Ballonfahrung 10 energiesteine und datendesk das heißt ich fange montag wieder von vorne an rio keine lust zu ich will die langsam einfach alle überholen und nicht jede woche aufs neue darum kämpfen müssen mann oh 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 oh